Mein Name ist Marie-Helene Meier. Herr Meier, Herr Meier, wo bleibt denn bloß mein Reier? Ich wurde am 14. April 1902 in Berlin-Charlottenburg geboren. Glühwürmchen, Glühwürmchen, flimmre. Glühwürmchen, Glühwürmchen, schimmre. Papas Spur hat sich in den Wirren des beginnenden Weltkriegs verloren. Ja! Nackt tanzen werde ich nicht. Die Presse schreibt, ich wäre eine Soubrette mit nicht-alltäglichem Witz und großer Schlagfertigkeit. Spossible. Partien wie die Tochter der Markthalle. Ich weiß es selber nicht, warum man von Salami spricht. Lady Schick oder Olli Polly gehören nun zu meinem Repertoire. Juhu! Juhu! Standing Ovations in Krimmetschau. Gott sei Dank geht dieser Abend bald vorbei. Heil, Heil, Heil. Haben die Lust, spielt Subrette mit Sie Maya nach acht Jahren einstimmig aus der Untersuchungshaft entlassen. Wir singen leise Auf unsere Weise Ja, ich merke schon, das schwingt schon bei dem einen oder anderen, nicht wahr? Und das Schöne ist, es ist ja auch intellektuell überschaubar. Das ist ja auch intellektuell überschaubar. Untertitelung. BR 2018